Was sind die Forderungen der SBB? Wie erwartet, hat uns die SBB einen bunten Strauss an Forderungen präsentiert. Querbeet über sämtliche Themen, die im GAV geregelt sind. Die SBB spricht zwar immer von einer Weiterentwicklung des GAVs, das, was sie jedoch präsentiert hat, ist eine riesige Sparübung. Was sind die Forderungen des SEV? Ein grosses Anliegen der jüngeren Mitarbeitenden ist eine schnellere Lohnentwicklung innerhalb des Lohnbandes. In Anbetracht neuer digitaler Arbeitsformen muss dem Gesundheitsschutz mehr Bedeutung beigemessen werden. Ebenfalls braucht es Verbesserungen bei der Arbeitszeit zur Steigerung der Lebensqualität. Und zur Vereinbarkeit von Privatleben und Beruf sind bessere soziale Leistungen unerlässlich. Gibt es rote Linien für den SCV? Unsere Mitgliederbefragung hat klar gezeigt, dass der Kündigungsschutz und die Lohngarantien nicht verhandelbar sind. Kündigungsschutz und die Lohn scatter die Lohn nun sind. Vielen Dank.